Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Horizon Forbidden West. Ja, wir haben diesen Saruha hier gefunden, auf der Spitze des Berges. Und nun müssen wir wohl hier rüber klettern zu diesem Sturmvogel, weil der Typ ansonsten... Ja, ich glaub der macht nicht mehr lange. Also, Heiz ist für uns. Ja, da könnte ich jetzt was sagen zu. Und dann mach ich mir vielleicht ein paar Feinde, was jetzt nicht sein muss. Das Thema Religion, Glaube und All ist eben nicht immer so, äh, ne? Ja, es gibt ein paar seltsame Leute. Aber nicht nur in dieser Hinsicht, es gibt in sehr vielen Richtungen seltsame Leute. Ich meine, manche Leute wollen, äh, keine medizinische Hilfe oder so, weil sie glauben, Gott helft ihnen schon. Er müsste halt krepieren. Sorry. Mein Leben und Leben lassen, ne? Kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ja, haben wir bisher eigentlich schon einen Färber gefunden? Glaube nicht, ne? Glaube nicht. Von daher... Ziehen wir uns die einfach mal auf, kann ja nicht schaden. Eventuell werden wir sie dann irgendwann mal benutzen. Der Osseram, der die Flüchtlinge beobachtet hat, will vermutlich Tolland holen. Ich muss sie hier wegbringen, bevor er zurückkommt. Sieht wie eine Linse aus. Die behalte ich erstmal. Diese Viecher hier, ne? Okay, erstmal einen abseilen. Die Sturmvögel, da kann ich mich noch daran erinnern. Die waren... Echt eklig. Die waren echt eklig zu bekämpfen. Wie immer bei fliegenden Gegnern. Wie immer bei fliegenden Gegnern. Ich sollte Lokascha informieren. Und ihr das Sturmvogelherz geben. Gut, dass wir hier... Äh... Ne Reisefunktion haben. So muss ich den Bergwesen nicht runterklettern. Das war gerade ein bisschen länger gewartet. Das ist Tolland mit seinen Schlägern. Ich will großzügig sein. Ich gebe euch eine letzte Chance. Macht es euch leicht. Und verschwindet einfach. Wir lassen dich hier nicht durch, Osseram. Wenn du ein Blutbad willst, liegt das auf deinem Gewissen. Wirklich typisch, Karja. Immer müssen sie alles komplizierter machen als nötig. Okay, Jungs. Ihr habt's gehört. Macht euer Gewissen bereit. Moment mal, Tolland. Schau an. Die Karja-Freundin mit ihrem tollen Speer. Also, ich verliere langsam die Geduld. Ich hab den Sturmvogel abgeschossen. Die Beute gehört mir. Mir ist egal, wer mir im Weg steht. Nora, wilde oder zerlummte Schatten-Karja. Ach, ich hol sie mir. Also, soweit ich weiß, besagen die Gesetze. Wer etwas findet, darf es behalten. Das bin in dem Fall ich. Oder nicht? Du willst das Herz? Ich hab den Sturmvogel erlegt! Oder nicht? Das stimmt, Boss. Verdammt, Bluff, sei still! Okay. Du gewinnst. Hey, mir geht's super. Ich brauch die Beute ohnehin nicht. Aber diese Leute können jede Hilfe brauchen. Also los, Jungs. Zurück nach Kettenkratz. Ich brauch'n Drink. Aloy, und wieder danken wir dir. Bitteschön. Nimm dieses Herz. Kauf damit Essen, Kleidung. Unterkunft für dein Volk. Vielleicht sogar Land für eine neue Heimat. Ich... Das ist... So etwas entscheidet Savoha. Nein, es... Tut mir leid, Lukascha. Savoha kommt nicht wieder. Es tut. Ja, das ist hart. Aber dein Volk braucht einen Anführer. Geh nach Kettenkratz. Such dort die Schmiedin auf, Petra. Gib ihr das Sturmvogelherz. Sie kümmert sich um dich und dein Volk, bis du wieder auf den Beinen bist. Geh deinen Weg. Ich versuche es, Aloy. Was bleibt mir übrig? Hier. Bitte nimm das hier. Es ist nicht viel, aber hoffentlich hilft es dir ein wenig. Dann auf nach Kettenkratz. Yay. Quest bestanden. Und noch ein Level ab. Level 7. Und eine Gesichtsbemalung freigeschaltet. Okay. Der Rucksack ist aber nicht ganz sehr groß, ne? Hm. So, wir könnten uns jetzt, äh... Rücksack Kettenkratz begeben. Ach, stimmt. Womit, das noch erledigen? Da muss ich nochmal das Lagerfeuer. Damit wir die Schnellreise nutzen können. Weil da kostet sie halt nix. Da kostet die halt nix, ne? Äh, da. Schnellreise. Äh. Ich setze mal, dass jetzt die schnellst, äh, nachgelegenste... So, ne, da können wir auch als erstes mal hin. Und die Quest noch abgeben. Problem? Ja, hab ich. Jede Menge. Äh, wo war denn der Typ? Hey. Äh, was der, der hier drinnen saß? Das war er. Ich sag's dir. Ratterin, gibt es Neuigkeiten? Ich bin der Dornrückenspur beim Steinbruch gefolgt. Sie scheinen aus einer Mine hinten im Tal gekommen zu sein. Die Mine? Wie könnten die Dornrücken dorthin gelangt sein? Ich weiß nicht. Aber Irwins Leute haben dort mit Sprengstoff die Tunnel freigelegt. Oh, bei der Liebe des Morgens. Ich sagte ihm doch, dass das Risiko zu hoch ist. Diese Tunnel reichen meilenweit, sogar bis unter den Schrecken. Glaub's doch nicht. Dass Orwins Sprengungen einen Durchgang geschaffen haben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Wenn das stimmt, brauchen wir Beweise. Eine Ermittlung. So gründlich, so unbestreitbar und beglaubigt von der Retterin. Alles klar, ich such weiter. Ich muss gehen. Natürlich. Okay. Wenn ich herausfinden will, wo die Dornrücken herkamen, muss ich weiter nach Westen. Noch ein Grund, die Gesandtschaft zu starten. Das trifft sich ja dann ganz gut. Naja, wie gesagt, ich will jetzt noch diese Quest hier machen. Einfach nur, weil wir dann... Ähm... Noch eine neue Waffe bekommen, die uns mit Sicherheit noch helfen kann. Und das kann ja nicht schaden. Also gehe ich jetzt erstmal nach dieser Maschine suchen. Geht das überhaupt richtig? Äh... So halb. Muss auf die andere Flussseite hier auf jeden Fall. Den ignoriere ich? Ja, ich ignoriere... Äh... Ich ignoriere gerne, Leute. Definitiv. Alter, wie viel Holz hier liegt. Das verstaue ich für später. Okay, weiter runter. Wieso wird mir das eigentlich nicht auf der Map angezeigt? Also es wird mir auf der Map angezeigt, aber nicht, äh... Hier, wo ich langgehe. Was muss ich jetzt eigentlich hier... Reishorn? Was ist denn nochmal ein Reishorn? Das da eben war, glaube ich, keins. Okay, ich gehe in die exakt falsche Richtung. Weil hier waren wir ja sogar schon mal. Wo? Boomer sagte, das Reishorn sei in der Nähe. Wow. Oh. 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 Meine Güte. So Aua What the fuck? What the fuck? Alter Kann es sein, dass man noch weniger aushält in dem Spiel hier? Da ist ein Zero Dawn Hat eine Eischwäche Ja gut, dass wir eine Sprengschleuder haben Ha Da ist das Reißhorn Um die Rippe zu holen, muss ich dich erledigen Mal 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 Schaden! Ich hab die Reißhornrippe. Jetzt fehlen nur noch Stürmehörner. Ja. Um die Viecher kümmere ich mich jetzt nicht. Das ist es mir nicht wert. Ich hau mal ab. Meine Güte. Warum sind die Viecher so tanky, ey? What the fuck? Ist ja schlimm. Okay. Nur noch ein paar Stürmer. Das sollte ja kein Problem sein. Die sind jetzt so schlimm. Hoffe ich mal. Ja, wir haben die schon bekämpft. Ja, sobald ich diese Waffe habe. Diesen Speer. Es sollte im nächsten Part aber endlich mal mit der Story weitergehen. Aber wie gesagt. Erst im nächsten Part. Erst im Fokus-Modus treffe ich die Viecher nicht, ey. Oh, okay. Au, what the fuck? Hört ihr mal auch so viel Schaden immer zu machen? Meine Güte. Ich glaube, ich muss mal echt was für meine Verteidigung tun, oder? Ist ja schlimm, was ich an Schaden fresse immer. Habe ich jetzt eigentlich alles, was ich brauche? Du sollst nicht da hochklettern. Du sollst das Feuch ja einsammeln, ey. Meine Güte. Ich meine, die war ja nicht weit weg, ne? Die waren ja nicht weit weg. Ich kann ja mal kurz hingehen. Und schauen, ob wir alles haben, was ich brauche. Wo waren die? Irgendwo hier, ne? Wie läuft's mit dem Jagen und Sammeln, Rotschopf? Geht voran. Was kann ich für dich tun? Ich geh da mal los. Hoffentlich bis... Okay, ich habe anscheinend doch noch nicht alles. Brauche ich noch mehr Hörner? What the fuck? Ich dachte, eigentlich hätte er jetzt... ...alles, aber anscheinend doch noch nicht. Sind die gespawnt? Mit Schockmunition ist die Maschine schnell erledigt. Aber Schockmunition eigentlich... Ich habe alles, was Della und Duma wollten. Mal sehen, was mit ihrer Waffe ist. Okay. Mir fehlt einfach nur ein... ...ohren noch, oder was? Anscheinend. Na gut. Dann haben wir es halt jetzt. Pfff... ...den Blick kenne ich. Du hast alle Teile, nicht wahr? Bitte sehr. Hervorragend! Gib mir nur ein paar Minuten für den Prototyp. Ich nehme die Version, die meine Arme dran lässt. Danke. Hi. Hast du Maschinen hochgejagt für die Teile? Oh, der Banditen. Du stehst echt auf Explosionen, hm? Bitte sehr. Mit den Sprengstecken? Aber klar. Ähm... Ist das sicher? Vermutlich. Kriege ich auch eins? Nein! Oh! Für dich machen wir noch was viel Besseres. Baboom! Ach, die ist ja verrückt. Stachelwerfer feuern mächtige Geschosse ab, die Gegner aus großer Entfernung treffen können. Aufgrund ihrer langen Auflaubezeit haben sie eine niedrige Feuerrate und können nicht beim Springen oder Ducken verwendet werden. Stacheln müssen mit voller Spannung abgeschossen werden, um Rüstung zu durchdringen. Okay. Das ist unser Speer. Das ist der Stachelwerfer. Spazier mir mal da. Okay. Wie rüste ich jetzt hier? Ah, da mit. Ähm... Achso, kann ich noch gar nicht. Ich will mal kurz. Oder ist ein Fahr... In der... Bäh... Sonnewerkbank. Ich war noch gar nicht ein Fahrlicht. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit... Wir wären schon da... ...gewesen. Aber anscheinend nicht. Na gut. Äh, ich wollte noch mal eine Werkbank aussuchen. Einfach, um mal zu gucken... Ob wir noch ein paar Sachen freischalten können mittlerweile... ...für unsere Waffen. Und ein paar Upgrades. Kann ich auf Stufe 3 gehen? Kann ich. Sehr schön. Okay. Hier können wir auch einfach mal... Haben wir das Zeug dafür. Hier können wir auch. Sehr schön. Und das hier geht auch. Okay. Können wir direkt mal auf Stufe 3 machen. Ey. Drei Waffen verbessert. Eine Trophäe. Wunderbar. Die können wir auch noch mal. Okay. Dafür bräuchten wir noch einen Stoßzahn. Den hab ich jetzt nicht. Outfit Upgrades. Okay. Da fehlt mir ein Reißhorn Geweih. Kann ich einen Beutel-Upgrade machen? Stolperfallen. Rohstoffbeutel. Hier können wir zumindest. Gut. Stolperdraht. Nutze ich sowieso nie. Einen Waschbär muss ich killen. Hm. Okay. Na gut. Vielleicht find ich irgendwann mal noch einen Waschbär. Vielleicht auch nicht. I don't know. Äh. Wo war jetzt nochmal das Lager? Da. Direkt daneben. Okay. Ja gut. Aber Leute. Ich glaub. Wir machen jetzt hier einfach mal einen Clean Cut. Das war's mit Horizon Forbidden West. Für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte. Lasst doch gerne ein wenig Feedback da. Positiv oder negativ. Bleibt euch belassen. Wir haben ja in einer kleinen Bekündung. Was euch gefallen hat. Was nicht. Und ja. Wird mir freuen. Wer beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Werden wir dann endlich mal nach Fahrlicht gehen. Und die Hauptstory weiter angehen. Es wird glaube ich mal langsam Zeit. Wir sind erst jetzt bei Part 13 oder so. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao Leute.